Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser Projektankündigung, die ihr schon am Titel sehen könnt, möchte ich eure Mario Maker Level spielen. Das Ganze funktioniert recht einfach. Ihr schickt mir die Levelcodes von euren Stages, entweder postet ihr sie mir hier unter, unter einen der zukünftigen Parts, oder ihr schickt sie mir via Twitter. Zusammen mit eurem YouTube-Namen, falls ihr noch andere Social Medias oder Kanäle habt, die ihr gerne promotet haben möchtet, Twitter, meinetwegen auch Facebook oder Twitch, dann schreibt mir die bitte mit dazu, damit ich die alle in das Video einbauen kann. Den ersten Part habe ich schon aufgenommen, bearbeitet und durchgerendert. Der geht vielleicht heute Abend noch online, mal schauen, damit ihr euch anschauen könnt, wie das aussieht. Und ja, das war's eigentlich. Gibt sonst nichts viel zu sagen. Ich werde ein bis drei Level, sag ich mal, spielen, je nachdem wie lang die sind. Und wenn es jetzt ein Level ist, das ich innerhalb von einer Minute durch habe, wäre es ein bisschen doof, dazu ein Part zu machen. Aber ich denke, das ist recht selbsterklärend. Und ja, viel Spaß beim Level kreieren und ich hoffe, ihr schaut rein. Bis dahin und tschüss, tschüss. Ich habe schon wieder meine Verabschiedung vergessen. Ich bin der Kucheniger, ich hoffe, ihr schickt mir eure Levelcodes und bis dahin, tschüss, tschüss. Das war nicht perfekt, aber es sollte ausreichen.